Hallo zusammen, hier ist wieder Heutelah und tschüss wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute geht es um ein paar Anpassungen für die Dämonen des Hexenmeisters, die jetzt mit Patch 10.1.5 gekommen sind. Und zwar sind es einige, insgesamt 21 zu Folianten können wir uns jetzt besorgen, wo wir dementsprechend unsere Dämonen ein wenig anpassen können. Und ja, bevor ich euch die jetzt zeige, wo wir die herbekommen, würde ich sagen, starten wir mal rein und schauen uns diese Dämonenformen einmal an. Dafür bin ich jetzt einmal hier in SW beim Friseur. Und, also falls ihr nicht wisst, wo der in SW ist, hier auf den Koordinaten 61, 64 im Handelsdistrikt. Und da können wir uns die jetzt quasi angucken. Neben unserem Charakter können wir jetzt quasi auch Wichtel, Leerwandler, Succubus, Teufelsjäger, Teufelswache, die Höllenbestie und die Verdammniswache anpassen. Ähm, wir können hier quasi Flammen ein- und ausschalten jetzt beim Wichtel, wie ihr seht. Ist ganz nett, lassen wir aber die Flammen an. Dann haben wir die Wahl zwischen dem normalen Wichtel, dann dem Teufelswichtel und dem Unhold. Und dann können wir hier noch die Farben anpassen. Das komische ist, ähm, gewisse Farben haben nur gewisse Arten von Wichteln. Also der normale Wichtel hat jetzt hier diese Farbe, Grau, so ein bisschen rötlich, Orange, Grün-Rötlich. Dann haben wir hier so ein Blau, ein Lieder, so ein Grau. Dann haben wir jetzt hier schon, ich glaube, das ist der Unhold, ne? So in Rot. Dann haben wir hier den in Gelb, in Grau, in, was ist das? Lieder wahrscheinlich in Fachkreisen. Ähm, ach nee, das ist, glaube ich, der Unhold, ne? Dann haben wir hier diesen cooleren Wichtel, auch nochmal in drei Farbvariaten. Rot, Grün, Blau und dann nochmal Lila. Ich finde, die sehen schon ganz cool aus, also ich glaube, ich würde sogar einen von denen nehmen. Wenn dann den Roten oder den Lilen, obwohl der Blau ist auch nicht schlecht. Wobei der Standardwichtel ist auch okay. Den hier finde ich jetzt nicht so nice mit den Hörnern, der hat irgendwie so ein komisches Fell dran, weiß ich nicht. Ich glaube, ich nehme den Roten tatsächlich. Den Leerwandler können wir dann auch anpassen. Da haben wir den normalen Leerwandler, den Leeren Fürst und den Leeren Sucher. Der ist so ein bisschen astraler, so wie es aussieht. Der Leeren Fürst hat so ein bisschen Obenrüstung und der hat halt diese Armschienen, ne? Die wir ja schon kennen. Und auch hier ist es wieder komischerweise so, dass wir Farbvarianten haben. Und eine bestimmte Art hat nur eine Farbvariante, ne? Also hier haben wir Grün-Lila. Das ist quasi dann einfach mit diesen Handgelenken, komischerweise. Da hat er keine Handgelenke. Da sieht man erstmal, was er für Unterarme hat. Das ist einfach Popeye. Dann haben wir hier quasi diese zweite Form in Dunkellila. Ah, warte mal. Die Farbe ändert sich gar nicht. Da ändern sich nur die Rüstungsplatten, seht ihr? Da ist jetzt dieser Durchsichtigere. Und den finde ich richtig nice, seht ihr? Da haben wir so ein Schimmern, fast wie wenn du in so ein Swimmingpool reinguckst. Da hier ist nochmal ein bisschen heller. Und da haben wir jetzt nochmal einfach zwei verschiedene Rüstungsarten. Ich würde fast sagen, das ist der coolste, den nehme ich persönlich. Dann haben wir die Möglichkeit beim Sucubus zwischen drei auszuwählen. Wir können einfach den Sucubus nehmen. Dann den Inkubus, also sprich das Ganze in männlich. Es hat zwar neuere Texturen, aber irgendwie, ich weiß ja nicht. Und dann haben wir die Shivara noch. Ich glaube, ich bleibe beim Standard-Sucubus. Aus Gründen. Dann haben wir den Teufelsjäger. Und zwar haben wir hier quasi die normale Variante und die quasi richtig coole Variante. Hier mit nochmal ein bisschen größerem Maulzacken obendrauf, seht ihr da im Verhältnis. Und gut, diese zwei Tentakel oben, die sind jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber okay. Und auch das gibt es in verschiedenen Farbvarianten. Wir haben dann quasi die Standard-Farbvariante. So ein bisschen gräugrünlich, würde ich sagen. Dann hier, uh, der ist fast schwarz, ne? Das ist so dunkles Lila. Der macht auch was her. Und dann haben wir quasi diese aufgemotzte Version einmal in Rot und einmal in Lila mit so grünem Feuer. Die sieht schon ziemlich dick aus, aber die habe ich noch nicht freigeschalten. Die werden wir uns dann aber angucken. Da steht Quelle? Fragezeichen, ne? Also die werden wir uns dann später alle anschauen. Dann haben wir noch die Teufelswache. Hier haben wir zwei Varianten, Teufelswache und Zornwächter. Und auch hier ist es wieder so, dass nur bestimmte Farbvarianten für eins von beiden da ist. Wir haben dann hier die Graue, dann die Orange. Ah, weiß ich nicht. Ich finde, die Graue Rüstung ist nicht so geil. Da finde ich dann fast besser. Dann haben wir, gut, da ist die Farbe jetzt ein bisschen heller als beim ersten. Da haben wir einfach eine andere Rüstung. Hier ist er gelb. Und jetzt haben wir den anderen, wie heißt der Zornwächter, genau. Den haben wir einmal in Grau, Lila und, was ist das? Ja, so ein helles Braun, würde ich mal sagen. Also ein Farbenkunde bin ich jetzt nicht so gut aufgestellt. Vielleicht auch ein Ocker oder keine Ahnung, wie man dazu sagt. Dann haben wir noch die Höllenbestie. Und da können wir den Abyssal oder wie das sich schimpft nehmen. Ich finde die neue tatsächlich besser, muss ich sagen. Das irgendwie sieht ein bisschen alt aus. Genau. Und hier haben wir verschiedene Farbvarianten vom neuen. Also das Standardmäßige, dieses mit dem grünen Feuer. Dann die rote, die sieht schon ziemlich sick aus. Und dann haben wir noch eine lila, die ist auch nicht so schlecht. Und hier von diesem Abyssal haben wir quasi auch wieder das grüne Feuer, rot. Und dann haben wir noch eine blaue. Genau. Ich hätte mir fast gewünscht, dass man aus Nighthold, gibt es doch auch so ein Höllenbestien-Mount, dass man die Model auch noch mit reingenommen hätte. Das wäre ganz cool gewesen. Aber naja, leider nicht dabei. Und als letztes haben wir noch die Verdammniswache. Da gibt es nur Farbvarianten. Und zwar hier so ein Orange, ein Blau und das Gelbe. Genau. Das ist es eigentlich. Ach komm, ich bleib beim Roten. Nehmen wir es mal an. Und ja, jetzt sind die Diener quasi so, wie ihr es ausgewählt habt. Mein Leerwandler, warte. Da darf man jetzt nicht zu lang drauf schauen, sonst wird man irgendwie ein bisschen blöd im Kopf. Habe ich vielleicht jetzt doch nicht so durchdacht. Seht ihr, wenn man da ein bisschen länger drauf guckt? Naja. Gut, so viel dazu. Wo kriegen wir die Dinger jetzt her? Und zwar ein paar von denen. Ihr seht, ein paar habe ich hier schon abgehackt. Können wir uns im Auktionshaus kaufen. Und zwar kann die ein In-Schriften-Kundler herstellen. Und die werden wir uns jetzt einmal angucken. Das heißt... Gremoire? Habe ich mir sagen lassen, dass man es so ausspricht. Gremoire. Und zwar. Gremoire des Abysials. Das kann man quasi in In-Schriften-Kundler sich craften. Das gibt es bei... Oder in der Nachtfestung. Von Guldan. Habe ich es tatsächlich mit meinem In-Schriften-Kundler im Mythic-Modus bekommen. Also das Rezept. Ihr müsst nicht zu Guldan. Ihr könnt auch das Ding einfach mal Haar kaufen. Aber wenn ihr es mit eurem In-Schriften-Kundler selber holen wollt, dann könnt ihr zu Guldan rein. Die ist tatsächlich neu. Dann sind die anderen. Die waren alle quasi vorher schon drin. Und die gibt es glaube ich alle vom Lehrer, meine ich. Aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Die Rezepte hatte ich alle schon. Das sind alles alte Rezepte, die man vorher quasi schon haben konnte mit dem Hexenmeister. Das einzige neue Rezept ist quasi das oberste. Und wie gesagt, die kann einen In-Schriften-Kundler herstellen. Hier auf dem Server kostet die ein bisschen über 1000 Gold. Ist relativ günstig. Also die sechs könnt ihr euch einfach schon mal kaufen beim Händler. So dola. Für die anderen Teile bin ich jetzt mal weiter geswitcht auf meinem Horden-Hexer. Denn wir müssen für ein, zwei von diesen Items quasi eine Quest machen. Und die Quest bekommen wir automatisch, wenn wir unseren Hexenmeister einloggen, über einen Brief. Und zwar heißt der Brief geheimnisvoller Brief. Und das startet quasi eine Hexer-Quest. Diese Hexer-Quest schickt euch dann nach Ugrim als Hordler und als Allianzler einer SW. Und dann müsst ihr mit einem NPC sprechen. Und mit dem quatschen wir jetzt einfach einmal. Und danach müssen wir in seine Kutsche einsteigen. Steigt nicht zu Fremden direkt in die Kutsche. Aber in dem Fall machen wir das mal. Und ihr seht, wir haben dann so eine fliegende Kutsche. Und diese fliegt uns dann einmal zum Dunkelmond-Jahrmarkt. Also das ist eine gesonderte Instanz vom Dunkelmond-Jahrmarkt. Werdet ihr gleich sehen. Da sind dann ein Haufen Hexenmeister rum. Könnt ein paar Quests machen. Ich habe das schon mal rausgesucht. Hier unten. Das sind die Quests. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, elf Quests. Die ihr dann erledigen könnt. Und am Ende dieser kleinen Questreihe bekommt ihr einen Kodex. Und zwar Kodex von Xerath oder irgendwie so. Das ist quasi auch eine von diesen Items, die ihr quasi sammeln könnt. Und dann kann ich euch gleich noch eine andere Sache zeigen, die ich schon habe. Jetzt muss ich bloß gucken, welches ist. Das Grimoire des gierigen Teufelsrachens. Diese hier bekommt ihr von den Zeitrissen. Und zwar die Zeitrisse befinden sich ja einmal auf den Dracheninseln und hier einmal in Taldrassus. Hier haben wir die seit Patch 10.1.5. Und dort ist es so, dass immer zur vollen Stunde dementsprechend dieser Zeitriss aufgeht. In der ersten Phase ist es so, dass ihr gegen Mobster kämpfen müsst. Und in der zweiten Phase geht ein Portal auf und ihr könnt den Boss besiegen. Und jetzt ist es so, es gibt sieben verschiedene von diesen Bossen. Und ihr müsst quasi in die Invasion mit Azzawut reinkommen. Und dort habt ihr dann einen Boss, den ihr umhauen könnt. Und dieser Boss kann dann wiederum dementsprechend das Teil droppen. Also Azzawut ist quasi eines von diesen sieben Invasionsdingern. Genau, also da kriegt ihr dieses Teil her. Dann ein Ding können wir von Funkel bekommen. Das ist dieser Hund. Und zwar Grimoire der Teufelsfrostwichtels. Und den können wir einfach besiegen. Und wie geht es? Wenn wir jetzt hier auf dieser Insel sind, müsst ihr ja daran denken, dass ihr den mitnehmt. Weil, ja, ihr kommt irgendwie nicht mehr zurück. Also wenn ihr die komplette Questreihe hier abgeschlossen habt, dann sieht es, glaube ich, schlecht aus. Zumindest habe ich keinen Weg gefunden, da wieder zurückzukommen. Eventuell kann man auch einen normalen Dunkelmondjahrmarkt machen. Aber während quasi nicht der Dunkelmondjahrmarkt ist, scheint die Quest hier die einzige Möglichkeit zu sein, hinzukommen. Und wie können wir den besiegen? Naja, wir müssen mit ihr quatschen und hier diesen ganzen Dialog durchklicken. Und am Ende quasi sagen, ich habe euch durchschaut. Doch habe ich. Ich bleibe dabei. Dann kommt das und dann werden wir hier reingeportet. Und dann müssen wir dementsprechend hier den Typen killen. Wichtige kleine Randinformationen. Ihr seid hier im PvP-Modus. Ihr könnt auch PvP-Talente mitskillen. Und der Typ ist relativ knackig. Also ich habe ein paar Tries gebraucht, ihn zu besiegen. Tipp, wie ihr das machen könnt. Am besten nehmt ihr einen Leerwandler. Der kann ihn kurz tanken. Der haut extrem rein. Wenn er euch erreicht, dann zwei Hits oder so seid ihr tot. Also ihr müsst ihn ein bisschen kiten. Bedeutet, mit dem Zirkel euch einmal, quasi, ich habe mich hier in die Ecke gestellt, mit dem Zirkel dahinter geportet. Dann mit dem Gate, quasi hier, mit diesem Ding, quasi dann wieder weiter geportet und habt ihn im Kreis gekitet damit. Und dann braucht ihr halt ein bisschen Schaden, dass ihr ihn tötet. Weil den Leerwandler haut er auch relativ schnell zu Brei. Und ja, der haut halt ziemlich rein. Es gibt ja auch noch dieses Talent, wo ihr instant oder relativ schnell nochmal einen weiteren Dämonen beschwören könnt. Und das kann ich auch empfehlen, dann nochmal einen zweiten Leerwandler quasi hinterher zu schicken. Und den so ein bisschen, den als Opfer darzubieten. Genau, also der Boss hat dann dementsprechend auch eins von den Dingern dabei. War bei mir gleich beim ersten Kill drin. Ich schätze mal, es ist 100%. Also, das könnt ihr dann quasi da auch noch holen. Also hier seht ihr das nochmal. Grimoire des Teufels Frostwichtels, das hat quasi er hier dabei. Und das solltet ihr am besten bei der Quest mitnehmen. Es können auch andere Hexenmeister mit draufhauen. Also ihr könnt das auch mit mehreren Leuten machen, dann wird es tatsächlich einfacher. Ihr solltet ein bisschen aufpassen. Ihr seid hier im PvP-Modus, beziehungsweise jeder gegen jeden Modus. Und da ist es dann tatsächlich so, dass ihr auch andere töten könnt. Bei mir war ein Low-Leveler drangestanden. Da ging dann ein Chaos-Bolt hin. Da seht ihr, was der reinhaut. Zack, und tot ist er. Also den könnt ihr nicht facetanken, den müsst ihr kiten. Das funktioniert sonst nicht. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter. So, dann sind wir mal in der Welt noch ein bisschen unterwegs. Und zwar bin ich jetzt einmal hier in Karasan. Und dort haben wir nämlich von einem Boss des Grimoire des Höllenfeuer Teufels Wichtels. Und das droppt der Boss hinter mir, der Sieghof. Wo sind wir genau? Genau, also wir müssen erstmal nach Karasan rein. Und zwar den Vordereingang in die Raid Instance. Und dann in Karasan müssen wir relativ weit hinten durch. Heißt, wir müssen erstmal rein. Wir müssen einmal Atumen umhauen. Dann müssen wir quasi Morose töten, hier oben. Dann müssen wir die Treppe hoch und die Mide umhauen. Einmal das Opel-Event machen. Und von da aus können wir dann über die Balkone komplett nach oben laufen. Nightbane braucht er nicht. Und könnt dann quasi hier einmal im Treppenhaus komplett nach oben. Den Kurator umhauen, hinter dem Kurator durch. Und dann, wenn ich hier hochlaufe, nicht hier weiter zu arrangieren. Sondern da haben wir dann ein Bücherregal, was ihr einklicken könnt. Und wenn ihr durchs Bücherregal durchgeht, dann kommt ihr quasi hier runter zu Sieghof. Ich denke mal, der ein oder andere kennt das von früher noch. Ja, Karasan kann ein bisschen verwirrend sein, weil es relativ groß ist, das Alte. Den hauen wir jetzt mal um und gucken mal, ob das zu 100% droppt. Nein, so wie es aussieht, ist es kein 100%-Drop. Heißt, das muss man dann leider ein bisschen farmen. Dann bin ich jetzt in der nächsten Instanz. Und zwar sind wir jetzt in dem neuen Karasan. Und hier wollen wir uns Ritual des leeren Schlund-Teufelsjägers besorgen. Und dazu bin ich jetzt schon relativ weit durch. Ich bin nämlich hinten bei den Mana-Wurmen, wie ihr seht. Also den haben wir da unten gerade besiegt. Gehen wir vielleicht nochmal raus. Das alte Karasan ist hier unten und das neue Karasan müsst ihr bei diesem Turm hier an der Seite hochfliegen. Das ist so eine Brücke und dann könnt ihr hinten rein. Und jetzt läuft es halt andersrum. Ihr müsst halt im neuen Karasan, das ist eine Fünf-Mann-Instanz, quasi erstmal das Opa-Event spielen. Also erstmal von hinten zum Opa-Event runter. Und dann, wenn ihr das Opa-Event gespielt habt, läuft ihr zum Rose. Tötet ihn, holt euch den Schlüssel und dann könnt ihr, wenn ihr nochmal zurücklaufen. Und dann quasi wieder auch oben rauf zum Kurata, wo wir vorher auch schon waren. Und danach geht es hier ein bisschen anders weiter. Dann ist es ja ziemlich linear, wo ihr dann dementsprechend dann Medivh umhaut. Und hier den Mana-Wurm unten. Und danach lauft ihr diese Treppen hoch. Also hier gibt es so eine Wendeltreppe. Da könnt ihr unten hochlaufen, kommt hier raus. Und wenn ihr oben seid, dann gibt es hier so Bücherregale. Und wir haben hier quasi so größere an der Wand. Und wir brauchen aber das Kleine hier, seht ihr das? Und dort haben wir an der Seite so eine Seite, die wir anklicken können. Ausgerissene Seite schimpft sich die. Die klicken wir einmal an. Und ihr seht, da haben wir dann leeren Schlund-Teufelsjäger. Also das könnt ihr dann einfach einsetzen. Und dann müssten wir hier wieder eins aus der Liste raus haben. Da haben wir nur noch elf. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir zum nächsten weiter. So, Udala, dann sind wir beim nächsten. Und zwar habe ich den schon einmal im Inventar. Grimoire des Teufels, äh, ne, Tricks Teufelswichtel. Genau so rum. Und da muss ich eine Aussage von mir revidieren, die ich vorher getroffen habe. Das kriegt man nämlich auch noch zusätzlich. Also es gibt zwei, die bei den Zeitrissen hier in Taldrassus droppen. Und, äh, mein Add-on sagt mir auch, dass der in Atzerwut ist, ne. So in einem von diesen Zeitrissen von sieben. Jetzt habe ich aber ein bisschen rumprobiert. Die sind anscheinend kein 100% Drop. Und es scheint, dass sie bei jedem Endboss von den Zeitrissen droppen. Heißt, es ist vollkommen egal, welcher Zeitriss das ist. Das Schöne ist, ihr könnt die Zeitrissen so oft farmen, wie ihr wollt. Und die ganzen Sachen sind ja auch accountweit. Dementsprechend habe ich jetzt mit einem anderen Hexer, äh, den noch nebenbei gefarmt. Habe eh noch ein bisschen T-Mock gebraucht. Und, ähm, ja, habe den quasi bekommen. Heißt, ihr braucht nicht unbedingt die Atzerwut, sondern könnt auch bei allen Bossen den gedroppt bekommen. Auch bei Varian oder, ähm, so ein Entzottviech, was da rumläuft. Also da gibt es einiges. Gut, das lernen wir gleich mal. Und dann würde ich sagen, schauen wir die nächsten an. Dann sind wir als nächstes hier in Winterquell. Und zwar relativ weit unten. Also hier, ne, einmal Kalendor, dann Winterquell. Und hier unten auf den Koordinaten 61, 87. In dieser Schlucht drin haben wir einen kleinen Wichtel stehen. Und dieser Wichtel, äh, verkauft ein paar Sachen. Da ist aber keins von diesen, äh, Grimoire-Dingern drin. Äh, oder Grimoire. Sondern, ähm, wir können gleich mit ihm quatschen. Und da kriegen wir Grimoire des Schreckensfeuer-Wichtels so rum. Und das machen wir jetzt mal. Also hier haben wir eine Dialog-Option. Alles klar, abgemacht. Müssen wir drücken, oder? Ja, wirklich. Fangt an. Okay, annehmen. Jetzt fängt er an, quasi mich auszusaugen. Seht ihr das? Hötet er mich damit? Hm, naja, der hat mich gekillt. Und jetzt sollte ich eigentlich das Ding hoffentlich kriegen. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht muss ich mir auch einen Soul-Stone vorher geben. Wenn's blöd läuft. Ah, wir haben's ins Inventar gekriegt. Also wir sind zwar gestorben, aber dafür kriegen wir das Ding. Naja, ist ein guter Deal. So, das können wir jetzt mal einsetzen. Und dann können wir einmal weiter tigern. Als nächstes wollen wir uns das Grimoire des Teufels Lohn-Wichtels holen. Und das können wir einmal in Düsterbruch uns besorgen. Und dafür bin ich jetzt in Farallas auf den Koordinaten 64-30. Da haben wir nämlich im Osten quasi den Eingang nach Düsterbruch rein. Der schimpft sich Wucherborkenviertel. Da sind auch diese Bäume unter anderem drin. Da werden wir jetzt reinschauen. Und da haben wir diesen kleinen Wichtel. Der schimpft sich Pussilin oder irgendwie so. Der steht da irgendwo am Anfang rum. Und den musste man, glaube ich, anquatschen. Und dann ist er weggelaufen. Und von dem sollen wir anscheinend das Ding kriegen. Und da müssen wir jetzt dann gleich mal gucken. Also hier haben wir den Kollegen. Ich vermute mal, wir müssen komplett bis ganz hinten durchlaufen. Ja, müssen wir. Okay, das mache ich jetzt mal kurz. Und dann schauen wir mal, wie wir das Ding von ihm bekommen. So, Rudala. Also, ich habe den kleinen Wichtel jetzt hier bis zum Ende der Instanz. Er ist gejagt. Ich zeige es euch mal auf der Karte. Also hier kommen wir rein. Dann läuft er hier rum. Bapp, 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 bis hier hinter. Und man muss zwischendrin immer mal wieder mit ihm quatschen. Sonst rennt er nicht weiter. Also ihr müsst ihn ein bisschen beobachten. Und wenn er hier oben dann steht, dann könnt ihr ihn schlussendlich konfrontieren. Dann wird er nämlich feindlich. Beziehungsweise hier ist kommen so Wichtel und dann wird er feindlich. Die hauen wir jetzt mal kurz um. Und dann kann er es wahrscheinlich droppen. Okay, er hat keine hundertprozentige Droppchance. Also viel Spaß beim Farmen. Das werde ich jetzt auch machen. Mal gucken, wie viel Trice ich brauche. So, für die, die sich fragen, wie selten das Buch bei dem Boss ist. Ich habe gestern jetzt den ganzen Abend noch gefarmt. Beziehungsweise heute auch nochmal ein bisschen. Extra hier meinen Speed-Char rausgeholt. Der so ein bisschen mehr Movement-Speed hat, wie ihr seht. Da ist er ein bisschen schneller unterwegs. Und ich glaube, ich habe jetzt... Ich will jetzt nicht lügen, aber irgendwas über 50 Dungeon-Läufe habe ich jetzt hinter mir. Heißt, die Droppchance scheint eher so Richtung 1% zu sein. Und ja, also hier könnt ihr euch auf einen längeren Farm einstellen. Oder ihr habt extrem Glück. Nur so als kleine Randinformation, wenn ihr da quasi auch am Farmen seid. Das könnt ihr euch mit jeglichem Hexer holen. Das Ganze ist ja quasi Account-weit. Dann schauen wir uns das nächste Item an. Und zwar heißt es jetzt nicht Grimoire, sondern Kugel der teuflischen Verführerin. Und ja, das können wir einmal bekommen in Legion. Wir befinden uns hier auf den verheerten Inseln an der verheerten Küste. Und da wollen wir nicht ins Grab mal des Sageros, sondern in die 5-Mann-Instanz rein. Die Kathedrale der ewigen Nacht. Und dort können wir dementsprechend das nächste Item uns erbeuten. Ihr könnt hier, wenn dann, im Mythic oder im HC-Modus reingehen. Das bleibt sich eigentlich relativ egal. Wichtig ist bloß, wir wollen dafür keinen Boss töten, dass wir dementsprechend die ID immer und immer wieder resetten können. Ich habe mir jetzt mal meinen Speed-Sharp hier geschnappt. Der ist dann nochmal ein Stückchen schneller. Und wichtig ist, wir laufen jetzt quasi hier rein und hauen nur bestimmte Mobs um. Denn dieses Item können nur ein paar Gegner einmal droppen. So wie ich es gesehen habe, anscheinend hier der Rare, wenn er bei euch da ist. Da haben wir einmal eine Chance. Und dann haben wir noch ein paar von diesen Succubus-Dudes. Und die können wir dann einmal mitnehmen. Jetzt muss ich nur kurz gucken. Da oben müsste eine sein. Ja, da haben wir eine Succubus. Die können wir einmal killen. Das Blöde ist, die droppen teilweise gar nichts. Also da müsst ihr ein bisschen gucken, dass ihr halt da einige Runs durcharbeitet. Denn die Drop-Chance scheint relativ niedrig zu sein. So, sie hat hier auch nichts dabei. Dann haben wir noch hier eine stehen. Drops leider auch wieder nichts. Dann läuft hier noch eine rum. Wo haben wir es? Da hinten ist sie. Die können wir dann auch töten. Auch wieder kein Loot. Und die letzte. Zwischendurch könnt ihr immer so ein bisschen hier Leben absaugen von den Gegnern. Und dann können wir nochmal unseren Brennen-Ansturben benutzen, um noch einen Ticken schneller zu sein. Die letzten paar sind da hinten. Da sind nochmal drei Stück. Und ja, sobald ihr quasi alle von denen einmal getötet habt, könnt ihr die Instanz resetten. Wenn es euch wert ist, ein bisschen Zeit zu sparen, dafür Repkosten mitzunehmen, dann könnt ihr das so machen wie ich. Einmal runterspringen. Dann seid ihr tot. Und dementsprechend wieder vor die Tür. Das Ganze resetten und wieder rein. Mit Speed Gear könnt ihr das ein bisschen schneller machen. Kann schon einige Runs dauern. Denn das Ding ist bei 1% Drop-Chance. Und so wie das ausguckt, droppen die halt auch nicht immer was. Also das ist ein längerer Grind, würde ich mal sagen. Aber gut. Habe es jetzt persönlich, wie viele Runs ich war. Bestimmt so zwischen 10 und 20 Runs waren es, glaube ich, Pi mal Daumen. Hatte ich wahrscheinlich noch Glück damit. Gut, dann schauen wir zum nächsten weiter. Dann sind wir schon weiter im nächsten Raid. Und zwar wollen wir uns jetzt das Grimoire des antorischen Teufelsjägers anschauen. Und naja, wer hätte es gedacht. Das Ding kriegen wir quasi in Antorus. Dazu müssen wir einmal nach Argus. Auf Argus dann in die antorische Ödnis. Und dann haben wir hier Antorus, der brennende Thron. Und da müssen wir auch gar nicht weit rein tatsächlich. Wir müssen nur zwei Bosse umhauen. Den ersten in Weltenbrecher. Und dann direkt zu den Teufelshunden der Sager... Teufelshunden des Sagerers. So rum. Das können wir in allen Schwierigkeitsgraden machen. Ich habe die gerade umgehauen. Und jetzt kann ich den einen oder anderen beruhigen, der jetzt vermutet, dass es hier auch wieder eine beschissene Dropchance hat, wie in Kara oder in Düsterbruch. Nein. Hier hat es eine gute Dropchance. Und ich glaube, er kommt nicht darauf, wie gut die Dropchance ist. Also, außer ich hatte natürlich jetzt extrem Glück. Ich habe nicht eine hundertprozentige Dropchance, sondern eine dreihundertprozentige Dropchance. Ich habe quasi den einmal umgehauen und habe dreimal das Teil gekriegt. Ist ein bisschen weird, aber okay. Wir nehmen es dreimal. Also, das scheint relativ gut zu droppen, wenn man gleich drei Exemplare aus einem Kill rauskriegt. Übrigens, hier gibt es noch ein Büchlein, was wir uns holen können. Und das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt gleich mal an. Das nächste Grimoire, was wir uns angucken wollen, ist das Grimoire des Soruitianischen Teufelsjäger oder irgendwie so ähnlich. Und das können wir von der Portalhüterin bekommen. Dafür müssen wir sie aber nicht einfach nur umhauen, sondern wir müssen ein paar Schritte absolvieren. Die Portalhüterin ist quasi, wenn ihr jetzt von den Hunden hier hochläuft und hier das Portal benutzt, dementsprechend einmal da hinten drin, dann werden wir uns gleich reinbegeben. Bevor wir das machen, müssen wir einen Stab umtransmorgen. Und zwar müssen wir hergehen und unsere Zweihandwaffe einmal in den Stab von Illidan ist der, glaube ich, umtransmorgen. Wenn ihr den nicht habt, müsst ihr den halt vorher fahren. Zardun schimpft sich das Ding. Das ist das hier. Zardun, Zardun, Großstab des Verschlingers. Und soweit ich weiß, droppt das bei Illidan im Schwarzen Tempel. Genau, der Verräter hat eine 22%ige Drop Chance. Falls ihr den nicht habt, müsst ihr den halt vorher farmen bei Illidan. Ähm, kleine Randinformationen. Ihr könnt den Stab anziehen oder ihn drüber transmorgen. Das bleibt sich gleich. Funktioniert mit beides. So, also wenn wir den Stab jetzt transmockt, der sieht auch ganz witzig aus. Das ist quasi so ein Teufelsjäger. Seht ihr das? In Stabform. Jetzt gehen wir in das Portal rein und müssen dann einmal hier durch zur Portalhüterin. Oh, am besten fall der nicht wie ich in die Grütze. Das war jetzt schon mal nix. Ich wollte die Mops hier nicht pullen. Naja gut, ich hab sie doch gepullt. Oh, verräumen wir sie noch. Gut, also jetzt müssen wir runter zur Portalhüterin. Da ziehe ich dann mein, ähm, richtiges Gear wieder an. Und zwar nicht mein Speed Gear. So, das machen wir auch weg. Also, die müssen wir jetzt einmal umbringen. Schwierigkeitsgrad sollte egal, sondern ihr könnt es im Normal, im HC, im Mythic machen. Das ist vollkommen wurscht. Sobald ihr sie getötet habt, könnt ihr sie ganz normal looten. Die wird jetzt aber kein so ein Teil droppen. Und jetzt müssen wir in das Orange Portal rein. Und dann werden wir quasi hier auf die Plattform übergeportet. Jetzt können wir hier mit diesem Portal interagieren. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Die erste, da können wir einfach, äh, tretet von dem Portal zurück. Oder wir kanalisieren unsere Waffe rein. Und das machen wir, dass wir unsere Waffe rein kanalisieren. Und wir haben ja die vorher quasi drüber transmoggt. Wenn ihr keinen so ein Jack habt, dann könnt ihr das natürlich auch in UGSW machen, wo ihr halt auch mit eurem Char herkommt. Da gibt es natürlich dann auch, äh, Transmogrifikations-NPCs. Und dann könnt ihr das da machen. Das kanalisiert jetzt ein bisschen. Und sobald es durch ist, müssten wir das Item looten können. Und ihr seht, hier haben wir ein Grimoire. Das können wir looten. Und das ist dann das Grimoire des xoritianischen Teufelsjäger. Da sind es wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen. Aber egal. Dann haben wir quasi beide Dinger hier aus Antorus. Die sind cool. Also von, von der Drop-Chance zumindest her, ne. Das eine 300% und das andere hast du halt auch 100% drin. Muss man halt das T-Mock haben. Gut, dann schauen wir weiter. Dann kommen wir zum nächsten Grimoire. Und zwar sind wir jetzt einmal in der Class-Hall vom Hexenmeister. Das ist die aus dem, ja, aus Legion. Und zwar musste man sich ja in Legion einmal die Artefakt-Waffe freispielen. Und dann hat man diesen Port in die Schreckensnarbe bekommen. Und dort können wir, wenn wir in der Schreckensnarbe sind, einmal auf den Koordinaten 66, 30. Hier von dieser Wichtelmutter, die, ja, la, oder wie die heißt, können wir uns einfach das Grimoire kaufen. Ist relativ teuer, kostet 15.000 Gold. Und das machen wir jetzt hier mal. So, da haben wir es. Und das schimpft sich Grimoire, Dunkel, Feuer, Wichtel. Toll. Okay, dann schauen wir mal, lernen wir das. Falls ihr jetzt nicht mehr genau wisst, wie ihr herkommt im Legion Dalaran. Warte, wir können nochmal kurz auf die Map gehen. Da können wir quasi hier unten in die untere Etage rein. Und dann haben wir in dem Treppenhaus dementsprechend das Portal. Also da unten kommen wir runter. Und hier haben wir quasi das Portal in die Schreckensnarbe, wenn ihr es denn freigeschalten habt. Wenn ihr es nicht freigeschalten habt, müsst ihr euch halt erst die Artefakt-Waffe holen. Genau. Gut, dann gucken wir weiter, hätte ich gesagt. Als nächstes schauen wir uns dann das Grimoire des Neter gebundenen Wichtels an. Und das bekommen wir von einer Matrone. Und ja, da bin ich gerade schon. Matrone Vollnuna, schimpft sich die oder irgendwie so ähnlich. Und wo sich die genau befindet, will ich euch jetzt mal zeigen. Also wir sind einmal im großen Invasionspunkt. Und diese großen Invasionspunkte, die findet ihr auf Argus. Um nach Argus zu kommen, müsst ihr hier den Argus-Port benutzen. Wenn ihr den nicht habt, dann müsst ihr mit eurem Char erstmal das freischalten mit Argus. Dann müsst ihr eigentlich Khadgar hier stehen. Und dann müsst ihr quasi dieses Szenario an der verheerten Küste machen. Oder es überspringen, wenn ihr das schon mit einem anderen Char gemacht habt. Und wenn ihr das gemacht habt, fliegt ihr wieder hoch von der Küste. Sprecht hier in der Zitadelle mit Khadgar. Und macht dann die Quest, wo ihr dementsprechend zur Windika müsst. Und damit könnt ihr halt Argus freischalten. Das ist jetzt so im Kurzüberflug, genau. Wenn ihr Argus freigeschalten habt, dann gibt es immer hier diese kleinen Invasionsportale. Die brauchen wir aber nicht, sondern wir brauchen das große. Und im großen Invasionsportal ist der Boss drin. Es steht hier unten auch dran, dass hier die Matrone drin ist. Es gibt quasi verschiedene von diesen großen Invasionsportalen. Die sind immer weekly, also immer eine komplette Woche da. Und es ist halt ein World-Boss im Endeffekt da drin aus Legion. Sprich, Legion-World-Boss könnt ihr alleine umhauen. Und das machen wir jetzt auch gleich. Und ja, das sind halt ein paar verschiedene. Heißt, die rotieren immer durch. Kann halt sein, dass ihr ein, zwei Wochen warten müsst, bis der Richtige bei euch da ist. Bei mir ist jetzt gerade der Richtige da. Und sie werden wir jetzt mal umhauen. Ich wollte hier eigentlich mit vier Hexenmeistern gleichzeitig hingehen. Hat jetzt aber die Problematik, dass irgendwie mein Hordenhexter in einem anderen Phasing gelandet ist. Und ich jetzt meinen eigenen Chars nicht porten kann. Ist jetzt aber nicht so wild. Ich hau den jetzt um und dann werden wir mal gucken, ob der zu 100% droppt oder wie es aussieht. Okay, ich kann euch die Frage beantworten. Es ist ein 100% Loot und es ist auch ein Push-Drop. Also wenn wir sie umhauen, wir müssen sie ja nicht looten. Wir kriegen es direkt ins Inventar. Und ich habe das mit beiden Hexern. Ich kann den hier mal rüberziehen. Mit dem anderen habe ich es auch ins Inventar gekriegt. Wäre jetzt schon arger Zufall. Also ich vermute mal, es ist einfach ein 100% Drop. Und man kriegt es einfach mit jedem Hexer, wo man die Matrone umhaut, direkt ins Inventar. Dann lernen wir es auch gleich noch. Und ja, damit fehlen uns jetzt nur noch drei Stück. Und ich würde sagen, wir ziehen einmal weiter. So, dann nochmal ein kleiner Einschub von einem Grimoire, das wir schon hatten. Und zwar Grimoire Höllenfeuer Teufels Wichtel. Ich war jetzt die Woche wieder mit ein paar Hexern hier drin. Und habe es jetzt endlich rausgezogen. Ich habe jetzt so Pi mal Daumen 10 Runs, vielleicht ein bisschen mehr gemacht. Heißt, es ist schon selten, aber nicht super selten. Leider gibt es für WeHead zum Zeitpunkt der Aufnahme noch keine Dropchancen. Aber ja, es wird wahrscheinlich irgendwas zwischen 1 und 10% haben, schätze ich mal. Ich habe es jetzt bekommen und ja, dann fehlen mir jetzt tatsächlich nur zwei. So, dann kommen wir noch zu den zwei letzten Büchern. Und zwar haben wir einmal Grimoire des Dämonischen Wichtels und Grimoire des Lebensberührten Teufels Wichtels. Und bei den beiden steht jetzt hier in meinem Add-on Zeitwanderung einmal Legion und Zeitwanderung TBC, also der Burning Crusade dran. Jetzt dachte ich mir erst, dass das in den Instanz bei den Bossen droppt. Das ist aber tatsächlich nicht so. Wir haben gerade Timewalker und zwar Burning Crusade hier aktiv. Ne, nicht Burning Crusade, sondern Legion aktiv, genau so rum. Und das von Burning Crusade kann man beim Händler kaufen. Wenn man ganz hinter scrollt und es wird anscheinend nur mit dem Hexer angezeigt, kostet 1000 Marken. Ich vermute jetzt mal, also es ist relativ sicher, dass das halt bei der Burning Crusade ähnlich laufen wird, dass man es beim Händler kaufen kann. Kostet hier 1000 Marken. Und ja, was sich natürlich lohnt, einmal pro Event bekommt ihr ja beim Ende des Dungeons quasi hier eine Quest. Die kann man abgeben, auch bei dem NPC hier. Wir sind übrigens im Legion Dalaran, falls das jemand jetzt nicht gesehen hat. Und da gibt es 500 Marken, 600 hatte ich schon, heißt, damit habe ich genug, um das einmal kaufen zu können. Also das ist jetzt hier Grimoire des Dämonischen Wichtels. Also wir sind im Legion Dalaran und zwar hier wird ja auch angezeigt, Zeitwanderungshändler. Die sind nur da, wenn das Event ist. Das geht immer genau eine Woche, also dementsprechend eine Woche. Und alle 2-3 Wochen ist ein Timewalker Event und das geht halt immer chronologisch die Expans hoch. Also erst ist Burning Crusade, dann 2-3 Wochen später ist dann Red of the Lich King und so weiter. Dann Kata und so weiter. Also es dauert einige Monate, bis diese komplette Konstellation einmal durch ist. Aktuell ist bei mir jetzt Legion und in ein paar Wochen fängt es dann wieder mit Burning Crusade tatsächlich an. Dann kann ich mir das auch holen. Ich möchte jetzt nicht so lange warten, bis quasi Burning Crusade auch raus ist. Deswegen werden wir das Video quasi hier mit schließen. Ich kann euch relativ sicher sagen, dass das Burning Crusade Buch auch beim Händler dann sein wird. Das ist einmal dann in Shatrad und da wird es wahrscheinlich ähnlich laufen. Heißt, Timewalker Marken könnt ihr euch farmen. Ihr habt da verschiedene Optionen. Erstmal die effizienteste, einmal eine Timewalker in die gehen, um 500 Marken von dem End Event zu bekommen, also von dieser Quest. Dann gibt es natürlich immer, wenn ihr rein queued, eine Belohnung fürs Abschließen und die Bosse droppen die natürlich auch noch. Und was ihr zusätzlich noch machen könnt, so Sachen wie Geburtstagsevent, wenn es gerade ist, oder dieses Chromie Event, was es in... Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, wann das reinkam. Das kam, glaube ich, auch mit einem Legion Dalaran rein. Da musste man zum Wimruh-Tempel fliegen und dann hat man diese Tode von Chromie, so ein Ereignis. Und da konnte man anscheinend auch Timewalker Marken farmen, wurde mir zumindest auch gerade im Stream wieder bestätigt. Ich hatte zum Glück noch ein paar und konnte mir dementsprechend das jetzt so holen. Vielleicht für das andere muss ich dann gucken, wie ich mir noch ein paar Marken zusammenfahne. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Guide zu diesen ganzen Grimoire-Geschichten, beziehungsweise dann zu den verschiedenen Gestalten von den Dämonen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und solltet ihr noch Fragen haben, schreibt die gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao!